Die Wächter befallen mir, Brainiac nach Oa vor Gericht zu bringen. Ich war mächtig froh, ein paar tausend Lichtjahre zwischen die Erde und diesen Kerl zu bringen. Aber danach ließen die Wächter die echte Bombe platzen. Sinestro war frei. Aus ihren Science-Hells ausgebüxt. Ein Frontalangriff auf das Sinestro-Korps war undenkbar. Wir Grünen waren noch platt vom Kampf gegen Supermans Regime. Deshalb ging ich freiwillig undercover. Als Yellow Lantern. Und dazu muss ich mich erneut meiner Angst stellen. Aber Angst ist eine Sucht. Ich hab einen Schluck genommen und es wird verdammt schwer sein, die Flasche wieder wegzulegen. Ich hoffe einfach, dass ich es mag.